Ich arbeite gerne hier. Weil mir die Arbeit mit den Kindern viel Spaß macht. Weil es hier immer spannend ist. Weil es natürlich unheimlich viel Spaß macht, Kindern und Jugendlichen auf ihrem Weg weiter zu helfen und da die Unterstützung zu geben, wo sie sie brauchen. Und jeder Tag einfach abwechslungsreich ist. Es ist interessant, es ist vielseitig, es ist nie langweilig. Man kommt jeden Tag an neue Herausforderungen heran. Ich arbeite gerne hier, weil wir ein vielseitiges Konzept haben, wo wir immer alle im Kollektiv gemeinsam daran gearbeitet haben. Weil ich als Mitarbeiterin das Gefühl habe, ein Teil einer wertschätzenden Gemeinschaft zu sein und ich die Rolle im privaten Bereich, Mama zu sein, gut unter einen Hut bekomme. Mir macht Spaß in der Jugendhilfe zu arbeiten, weil ich eigene Ideen einbringen kann und die mit Kollegen, die ebenfalls motiviert sind, Umsetzer. Bis bald! Bis bald!